Wir müssen darüber nachdenken, was wir uns denn überhaupt für eine Zukunft vorstellen, was wir uns überhaupt für eine Stadt vorstellen. Ich bin vor zwölf Jahren nach Neukölln gezogen, auch eben weil das für mich ein diasporischer Raum ist, weil das eben ein Raum ist, in dem unterschiedliche Identitäten am Werden sind und am Zusammenwachsen und am Verhandeln sind und das eigentlich für mich so einer dieser Orte ist, an denen ich mich zum ersten Mal zu Hause gefühlt habe in Deutschland. Wir haben einen Entwicklungsplan entworfen, gemeinsam mit den Gewerbetreibenden. Neben der architektonischen Gestaltung gibt es auch einen Geschäftsplan und eine Geschäftsstrategie. Und da ist der Plan, dass die Mieten genauso hoch bleiben, dass die Mieten sich nicht ändern. Das ist einer der Erfolge, die wir eben diese niedrigen Mieten, diese niedrigen Kosten sicherstellen können, sodass alle aus der Community diese Räume brauchen und benötigen, auch Zugang zu ihnen haben. Leider ist es so, dass das Eigentumsrecht über allem steht und da müsste man ran. Ich denke mir, dass es Gewerbeentwicklungspläne geben muss. Das heißt, dass auch Gewerbe, dass der Bezirk und das Land Flächen auch als Generalvermieter vermieten muss, also genossenschaftlich vermieten muss. So ist das Wohnrecht für die Menschen, müssen wir laut schreien. Wasserrecht für jede Lebewesen, Wohnrecht für jede Mensch und Luftrecht für alle Lebewesen müssen wir laut fördern. Wir trinken zurzeit von der Fläche. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.